Das ist der Paul. Der Paul wohnt seit gestern in Halle-Neustadt. Elias und Max begrüßen ihn und zeigen stolz ihren Kindergarten. Goldener Gockel Am Nachmittag treffen sie sich ans Spielplatz. Lena, die große Schwester von Elias, kommt ihm zu. Na Paul, hast du so Freunde gefunden? Ein bisschen schüchtern ist er noch und legt mir den Kopf. Komm, wir zeigen dir, warum wir diese Stadt so lieben. Gemeinsam fahren sie mit den Vorstellern nach ganz oben. Paul ist völlig sprachlos über diesen herrlichen Ausblick. Und was ist das bunte Haus da drüben? Unser Kino. Na, worauf warten wir dann? Auf geht's! Vorbei an den großen Häusern. Fahren sie mit dem Bus in das Zentrum der Stadt. Vor dem Kino hält er an. Im Kino läuft gerade im Film mit der kleinen Raubel immer satt. Nach dem Kino bummen die vier rum und kaufen sich ein Eis. Gemeinsam überlegen sie sich, was das Nächstes tun. Elias macht einen Vorschlag. Los, lass uns in die Allsporthalle fahren. Aber es ist der Sommer, da hat sie zu. Sagt Max. Wir fahren zum Baden in die Saline. Die Saline schlägt Lina vor. Was ist denn das? So heißt unser Freibad. Prima, lass uns da hinfahren. Also fahren die Kinder mit dem Bus zur Saline und gehen baden. Der Paul ist beeindruckt, wie schön das hier ist. Und freut sich mit seinen neuen Freunden aus dem Kindergarten. So einen schönen Tag zu erleben. Musik 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 Musik